Und damit herzlich willkommen zurück zu The Division 2 hier bei Explorer IP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind immer noch im Osten unterwegs. Total unter-equipped. Noch keine Fähigkeitspunkte vergeben. Und wir machen jetzt heute die MLK-Bibliothek. Haben wir vor. So soll es sein. So ist der Wunsch. Können wir hier irgendwie raus? Hey, du. Kopfgeldeinsatz fehlgeschlagen. Aha. Okay. Ja, ich wusste gar nicht, dass wir einen Kopfgeldeinsatz haben. Aber wenn das Spiel das sagt. Haben wir es verkackt. Glaube ich. Äh, wir lunschen mal eben. Und wie in jeder Folge erwähne ich es wieder. Wir müssen eine Hinrichtung verhindern. Und ich weiß nicht, wo. So. Mal los. Bibliothek kennen wir ja noch aus der Beta. Aber da hatten wir eine weitaus bessere Wunsch als die Knarre, die wir jetzt haben. Aber nicht schlimm. So, das sind unsere Freunde. Äh, können wir hier irgendwo Kram abgeben bei euch? Was? Gehen wir zur Toilette? Gehen wir zur Toilette? Okay. Es ist vorbei. Sie sollten den Bereich sichern und dann nach Überlebenden suchen, die hier gewohnt haben. Gut. Nachladen. Sterben. All right. Komm. Du brennst, Lando, du brennst. Jetzt, schau. Der Tante lebt immer noch da vorne. Was? Was? Scharfschützer. Wenn ich noch die... Bitte. Ich bin lieber die. Besonders die Schale macht die auch nicht. Scharfschützer. Scharfschützer. Wer ist denn? Komm! Wir haben keine Zeit. Okay. Lass mir hier lang. Was? Da. Okay. Okay. Na toll. Don't go big! Das war's für heute. Ich sterbe. Kannst du mal raus aus dem Loch kommen, ja. Die Hände direkt wieder. So, dann sind wir schon mal quit. Es werden Aktivitäten auf dem Dach gemeldet. Versuchen Sie hinauf zu kommen. Nein. Will ich nicht. M16 A2. Was können wir denn jetzt hoch? Nein. Mal auf das Türchen. Hier gehen wir auf dem Dach. Okay, von hier kann nichts kommen. Oh Gott. Das habe ich. Oh je. Das wird heftig. Okay. Okay. Gut. 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 Was? Oh wow. Okay. I should have one. I should have one. What? No. I should have one. Okay. I should have one. Alter. Aua. So. Können wir da rein? Können wir da rein? So. 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 wieder weiter hier ne das... wieder... okay was geht es denn noch? Ich habe ihn nicht mehr gesehen, ich habe ihn nicht mehr gesehen. Die Banaten. Nein! Ah, fuck! Das ist es. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Bitts Nein Nein! Was ist das? Ein Zweifel, wunderbar. Oh. Nein! Oh fuck. Und auch immer. Schrotter. Wer ist damit? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Und das ist halt zu drücken. Oh Gott. Oh Gott. Oh wow, das ist gut für euch. Das kommt halt jetzt da raus. Das ist gut. Das ist gut, das ist gut. 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 Oh oh. Das ist gut. 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 Okay, das wird ein bisschen dauern jetzt. Sorry dafür. Das ist gut. 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 Was sagt denn die Karte? Da darf man nicht hin. Kontrollpunkt. Vorräte verfügbar. Ja, aber wie gesagt, wir müssen jetzt unbedingt zum Safehouse. Das machen wir nächste Folge und dann machen wir uns ein bisschen schick. Ich danke dir fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst und sage Tschüss, bis demnächst. Bye, bye und ciao, ciao.